Guten Abend, ihr Bruchpiloten. Kleines Update. Obwohl noch nicht viel passiert ist, aber ein bisschen planlos durch die Gegend fliegen. Weil ich gerade nicht so viel zu tun habe und auf Missionen habe ich keine Lust. Aber. So. Es hat sich am Basebau wieder ein bisschen was getan. Bauplan. Für aufmerksame Beobachter. Die werden es schon sehen. Das ist eine Dock. Wir müssen heute mit meiner Stimme los. Moment. Sorry, ich hoffe, jetzt ist es besser. Yes, das ist Frosch im Hals oder irgendwas. Das Dock habe ich hier rausgebaut. Und habe ein Verbinderkreuz 01 hier dazwischen gesetzt. Das ist schon fertig. Das Dock habe ich erst mal hier hinter verschoben. Weil die kommen eher aus der Richtung, dass die da gleich andocken können. Ich hoffe, das passt so. Weil ich kann es nicht weiter vorne hinsetzen. Dann stößt das an der Baubegrenzung an. Ich habe momentan kein Geld und keine Lust. Na, Lust schon, aber Money brauche ich erst mal woanders. Das hier nach vorne zu erweitern, das kostet mich, ich glaube, was war es? Knapp drei Mille, wenn ich das mal richtig in Erinnerung habe. Deswegen habe ich es erst mal so da unten dran gepackt. Des Weiteren habe ich ein paar neue Produktions-Blaupausen. Sumpfpflanze Raumsprit ist noch dazugekommen. Und dementsprechend klicke ich jetzt gerade mal hier drauf. Baue ich hier gerade noch einmal eine Sumpfpflanzen-Fab. Um das auch noch selber zu produzieren und dann ein bisschen Geld rauszuschlagen. Moment. Irgendwas habe ich heute im Hals. Genere. Und sonst ist eigentlich erst mal nicht viel passiert. So, das stellen wir mal so hin. Oder ist noch irgendwas? Nö, die Transporter habe ich entsprechend zugeteilt. Ach, doch. Ich mache hier das nächste Forschungsprojekt und hat sich aber immer noch nicht allzu viel getan. Aber wenn du so ein Forschungsprojekt angeleiert hast, dann funktioniert der Abverkauf von den Waren, in dem Fall Energiezellen, nicht mehr richtig. Das wird alles gestoppt. Wird nicht wirklich was irgendwie abverkauft, das weiter produziert. Weil die Container sind irgendwie runtergesetzt worden. Ich habe das jetzt einfach mal so gelassen. Hier fehlt noch Elektronikkomponenten. Das Schiff fliegt. Elektronikkomponenten holen und kommt mit zwei zurück. Das geht schon die ganze Zeit so. Hier muss ich mal gucken, ob das jetzt klappt. Weil da habe ich jetzt hier den Schürfer zusortiert. Sieht aber so aus, dass er irgendwas macht. Quatsch. Der hier ist so, der ist hier angekommen. Mal gucken. Aber das nur dicke bringt, was ich ja... Ist auf jeden Fall auf Nividium eingestellt. Genau. Und während das so funktioniert oder nicht funktioniert, weil hier brauche ich echt noch viele Rohstoffe. Und da frage ich mich gerade, wo ist denn... Der ist doch im Baulager. Was macht denn der? Warum hat der Sonnenblumen an Bord? Auswerfen. Weg damit. Weg, du sollst direkt für das Baulager arbeiten und nicht hier nur Sonnenblumen durch die Gegend. Na gut, lassen wir die mal machen. Weil in der Zwischenzeit... Ach, das sieht schon schön aus. Dachte ich, decke ich die Karte ein bisschen weiter auf, bin mal hier runtergesprungen. Ach, da wollte ich mir den Container ja klein, aber... Ich weiß gar nicht, wie laut die Musik ist. Vielleicht mache ich die mal ein bisschen leiser. So vielleicht? Ah, mal gucken. Ja, da warte ich mal, bis die Besta weiter... die FAB weiter ausgebaut wird. Eigentlich brauche ich Geld. Ich müsste Missionen fliegen, dass ein bisschen was reinkommt, aber... Mag ich gerade nicht. Deswegen tüdle ich jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Gucken, was ich so für Systeme entdecke. Der Rest läuft ja. Autopilot ausgeschaltet. So, erst mal ein Testschuss, dass ich die Kanone orientiere. Dass ich nicht direkt draufballere. So, komm, jetzt tüdleen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Autopilot eingeschaltet. So. Oh. So. Okay. Super, jetzt ist wieder gar keine Musik zu hören. So, ist das nah genug von den Stationen vorbei, dass ich die aufdecke? Ja. Ich glaube ich will einen Autopilot nicht abbrechen, ich will das dazwischen schaffen. So, wie es das ist? Das war's. Autopilot ausgeschaltet. 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 Oh, ich hab die neuen Düsen hier, ich glaub drin, zumindest kommt es mir so vor, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich weiß absolut nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist, ob es hier irgendwas zu beachten gibt. Gehen aber gut ab, die Düsen. Ah, hier ist was. Das war's, oder? Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Mach mal da unten weiter, ach, die Klappe ist schon auf. Da unten. Bremsen! Oh, das war's, dass wir... Ach, was wir? Reium! Ich sehe, dass Sie bereits eine erstaunliche Entdeckung gemacht haben. Ich bin immer auf der Suche nach neuem Wissen. Ich habe eine sekundäre Aufgabe in die Verkunftsübersicht geladen. Was gibt es da nicht daneben? Sie ist ein bisschen eierig heute. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Undockerlaubnis erteilt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Autopilot ausgeschaltet Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Autopilot, ausgeschaltet. 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 Vordere umgehend Verstärkung an. Verstärkung an. Verstärkung an. Verstärkung an. Autopilot eingeschaltet. Verstärkung an. Verstärkung an. Verstärkung an. Verstärkung an. Verstärkung an. Verstärkung an. Bis zum nächsten Mal. Ah ja. Na, da haben wir doch wieder ein Stück Welt entdeckt. Ja, da haben wir doch wieder ein Stück Welt entdeckt. Ja, da haben wir doch wieder ein Stück Welt entdeckt. Ja, da haben wir doch wieder ein Stück Welt entdeckt. Sprungtor, eiliges Relikt. Erreiche System, einiges Relikt. Erreiche System, ein Stück Welt entdeckt. Autopilot, eingeschaltet. Autopilot, ausgeschaltet. Unbekanntes Objekt. Erreiche System, ein Stück Welt entdeckt. 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 Autopilot ausgeschaltet. Forderung umgehend Verstärkung an. 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 Ich bin so excited. Untertitelung des ZDF, 2020 Autopilot eingeschaltet 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 Autopilot eingeschaltet